Na, was macht dir Schönes? Opa, Mama, warum musst du eigentlich immer reinkommen, wenn Freunde da sind? Das ist nervvoll, ich hab dir das doch gesagt. Ja, ich weiß, ich geh auch gleich wieder, ich hab hier nur was von Bäcker für euch. Oh nee, wir wollen aber gar nichts von Bäcker, oder willst du... Guck, er will auch nichts, also, geh doch mal bitte. Ach so, okay, dann vielleicht später, ne? Komm, wir schieben uns die Wagner-Pizza in offen. Okay. Hier, nimm dir ein Stück. Dankeschön. Richtig lecker. Oh, das sieht aber lecker aus, krieg ich auch ein Stück. Hast du nicht irgendwas von Bäcker oder so? So, jetzt reicht's mir. Los. Mmh, die schmeckt wirklich lecker.